Guten Tag, mein Name ist Hans-Joachim Brummermann. Ich bin Geschäftsführer der Bad Lipspringe Marketing GmbH. In der Vorbereitung zur Landesgartenschau wird sich natürlich in Bad Lipspringe entsprechend viel verändern. Das Landesgartenschau-Gelände hat eine ganz große Besonderheit in sich. Und zwar ist es zu einem großen Teil ein Wald. Diese Landesgartenschau wird den Kurwald mit einbinden und zu einem Kurparkwald gestalten, der sich in ganz neuer Form erschließen wird den Besuchern gegenüber. Die Veränderung ermöglicht es den Besuchern, diesen Wald aktiver zu erleben. Mit Freiflächen, die teilweise geschaffen werden aus natürlichen Lichtungen, die aber belebt werden. Verbunden mit den Freiflächen im Kaiser-Kreispark-Bereich, wo sich die Blumenfreunde sehr prominent wiederfinden wird, ergibt sich ein Besuchermagnet für die Landesgartenschau-Besucher, der außerordentlich interessant sein wird. Die Deatur in der Vorbereitung Das wurde Welspr subs um die Landesgartenschau-Besucher, das war einmal eine Unter今回rendsende Kirche. pane Aron